Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Guck mal auf die Anzeige, wie viel Druck die Nara bringt, das ist wichtig für mich. Das sieht eigentlich gut aus, ich glaub ich hab's nicht gut reingeschnitten. 0,5? 0,5 ist super. Davor gingen sie sonst schon mal auf 0,8, 0,5 ist super. Ja. So hat der Motor weniger Stress, weißt? Auf der zweiten Schritt da oben, da mach ich auch noch mal so kurz, das geht hier, wo wir dann nicht reden, weißt du? Ja. 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 Aber ich glaube das ist immer noch komisch. Ja. 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 Jetzt will er wieder! Jetzt muss er den Fuß mal ein bisschen hinter, okay? Ja! Mal da. 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 Mal da.